weiter geht's mit assassin's creed 2 und ich war wieder fleißig und habe geld geholt! jetzt kann man uns wieder ein bisschen ausrüsten zum beispiel einen brustschutz der verdammt viel kostet. oh naja, es ist bessere rüstung. und jetzt wollen wir uns noch ein paar neue käsemesser. so einmal das stilett. und noch ein besseres käsemesser. besseres käsemesser ist besser. aber bis jetzt finde ich immer dass das glaube ich das beste käsemesser ist was es hier im spiel gibt. bestes käsemesser. beirrt mich wieder wenn ihr wieder hier seid. und wie viel wert gibt es? 1855. mit erst glück bekommen wir schon bald 2000 florinen alle 20 minuten. naja. hallo leonardo. gott sei dank du bist wohl auf. diese sache mit den medici und den pazzi hast du francesco deshalb verfolgt. nicht nur. ja nun warum auch immer. die stadt ist wieder sicher. dank dir. nun sag was kann ich heute für dich tun. da noch eine seite. aha. ein ähnlicher schlüssel wie beim letzten mal. das dauert nicht lange. interessant. oh. ah ja. ich verstehe. ein neuer klingenentwurf. um gift zu verabreichen. kannst du sie bauen? sieh. es dauert nicht lange. ich muss nur einen weg finden die klinge auszuhöhlen ohne etwas zu. schon gut leonardo. tu einfach was du tun musst. die gift klinge. es ist lustig. fertig. ich habe die klinge für den anfang mit etwas gift befüllt. wenn du keins mehr hast geh einfach zum arzt. gift von einem arzt. in hoher dosis kann das was heilt auch töten. und widerstehe ich in deiner schuld mein freund. immer gerne. jederzeit. nein. ich habe eine klinge mit biss. oh ja. wir haben die gift klinge. gift klinge. oh my god. wir haben die gift klinge. Hahahaha Hahahaha Holla die Waldfee und die Giftklinge Ach ja stimmt ja Wir hatten auch noch so ein paar Aufträge hier Da war ja was Ich hoffe wir bekommen auch bald mal wieder in eine neue Stadt Ich will mehr Assassinsiegel haben Weil Rüstung aus Und ich will ja nicht meine Farbe finden Ich weiß leider immer noch nicht Wodurch ich meine Farbe das letzte Mal hatte Bevor ich auf die neue Rüstung Äh Bevor ich neue Rüstung bekommen habe Das ärgert mich so ein bisschen Politischer Selbstmord Aha Naja Alles für Lorenzo Woll ich gerade ernsthaft Problem zu sagen Ich komme Äh Autsch Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen sollen Naja Hier ist ein Arzt Ey du Ey du Arzt Teil mich Das war's Kommt wieder wenn ihr mich braucht Was zur Hölle Hey Sorry Äh ich bin schneller als du Ich bin schneller als du Wie war's damit Dann tretet mir her Ich hätte ihn umbringen können Aber ich glaube das hätte er sich aus Grund anerkannt Alter Alter wozu Also da Ist gleich die Reichweite die mir angezeigt wurde Oh Naja Ich brauche keine Hilfe Ich brauche nur ein Ziel Ich brauche nur ein Ziel Ich brauche nur ein Ziel Ich habe nichts gegen dich persönlich Ich habe nichts gegen dich persönlich Ich bin auf der Suche nach jemanden Ich finde ihn irgendwie nicht Wie schwer kann es sein jemanden zu finden Oh Ich glaube ich habe eine Idee wo der sein könnte Wow Ich habe so eine Idee Hehehehe Das war so klar Hab dich gefunden Jetzt brauche ich Hilfe Waren doch gar so ein paar Diebe irgendwo Kommt mal mit hier Kommt mal mit hier ihr Diebe Na klar es geht um meine Frau Darf weglocken Lock die mal weg Die Was soll denn das werden wir Hambi Uhh Was? Na toll, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Schön schlank auch. Das waren jetzt... Wie viele Minuten umsonst? Sieben Minuten umsonst! Wow! Bestimmt ein neuer Rekord von Zeitverschwendung. Bestimmt ein neuer Rekord der Zeitverschwendung, oder? Halt die Mühe und dann sowas, ey. Wow. Aber jetzt mal ernsthaft, wieso? Wieso? Wieso einfach nur? Wieso? Ich hoffe, mir läuft jetzt bald ein Kurier über den Weg. Ich will jemanden umbringen. Ohne das hier Konsequenzen und so. Geh weiter. Wollen wir hier vielleicht ein paar Leute, die ein bisschen mehr was drauf haben im Ablenken? Also ein paar Diebe. Haben wir hier irgendwo ein paar Krieger. Einies. Bla. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Das sieht schlecht aus. Oh, da ist Feder. 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 Beide. 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 Ist er betrunken? Bin ich nicht. Beide. Gut dann los. Halt! Halt ihr Schweinehunde! Gleich kannst du was erleben! Geht doch! Oh Mann! Na und? Eben! Nicht dein Problem! Eben! Nicht dein Problem! Ganz genau! Es ist nicht dein Problem! Ich bin nicht kaltblütig! Ich bin nicht kaltblütig! Er hat auch so Lügen zu erzählen! Ich bin nicht kaltblütig! Ich bin nicht kaltblütig. Ich bin nicht kaltblütig. Ich bin nicht kaltblütig. Wollen wir erzählen jetzt solche Lügen über mich? Das finde ich nicht nett Gar nicht nett Das ist echt nicht nett Ich freue mich schon, wenn ich meine Giftklinge verschießen kann Das wird lustig Ich weiß noch genau in der Situation, wo ich das benutzt habe Wo es auch richtig gut war, dass ich es benutzt habe Euch ist da klar, dass ihr einen leeren Raum bewacht Nein? Okay Mal gucken, was hast du denn? Ich hatte gerade nichts, aber gemelderst ein paar, oder? Uh, was ist denn da? Francesco, ja, mitgenommen Primavera Primavera Heilige Johannes der Täufer So pleite Ja, was? Uh, was? Nur plus 303? So wenig Plagt euch etwas, Freund Ja, meine Steckbriefe Die plagen mich Haftungsausschluss Schon wieder ungesehen Töten, ey Vielleicht wäre es ja mal die Möglichkeit, die Giftklinge auszuprobieren Nicht das Schöne an der Giftklinge Du bist schon drei Kilometer weg, wenn der Trinus dann endlich umfällt Du, du, du Sie braucht ihr medizinische Hilfe Du, 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 du braucht ihr medizinische Hilfe Töten, oh, Bajale Oh Mann! Nur weil ich dem Team zu nahe gekommen bin? Uncool! Welchen ist diesmal nicht so weit der Weg? Stimmt, vielleicht soll ich die Kuriere nicht töten, sondern einfach nur umstoßen. Ich denke, das könnte funktionieren mit der richtig Klinge. Das könnte funktionieren. Ah, noch so ein Söldner, denke ich. Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Haha. Und gelieft die Show! Hahaha. Giftklinge Das hier macht Spaß Muss ich gar nicht Also halt die Schnauze So Noch ein Auftrag Noch mal eine ganze Auftragsfolge Sitzung vertagt Wow Das ist weit weg Oder auch nicht Weil es weit weg sich auf was anderes bezieht Oder doch nicht Ich bin mir gerade unsicher Was sich die 612 Sicht sieht Wobei ich glaube Er ist mit sich auf die Mission Auf die Story-Mission Erhebliche Rückstände Bei einem unserer geschätzten Mitglieder Führten zu dieser trakonischen Maßnahme Und soll ich folgen Und einem Und soll ich exzödig es ist schlimmer wenn man nur schneller gehen will man tut aus was ich immer geht dem ein oder anderen was ein bisschen klauen gib mir nicht auf den keks gib mir nicht auf den keks das ist lustig gehen wir erst mal nach oben machen wir erst mal ein spektakular entrance ich nehme erstmal die da hinten so, ihr seht da hier ne, die da ich komme oder auch nicht naja, jetzt komme ich halt und noch mehr aua aua auf den habe ich zwar gar nicht abgesehen, aber hey ahja, das ist uncool mit dem Speer das ist uncool mit dem Speer gib mal her den großen gib mal her das große teil uuuh ja, das ging mitten durch du überlebst nicht auf keinen Fall das ging mitten durch, ey wow gib mir die Axt und hab ne Axt ich glaube ich hab den einmal in der Mitte durchgeschnitten oder hab ich mir nur den Fuß gehauen bitte, lass mich gehen ich kann doch nichts zu tun na kommt na kommt ich ja eben wow wow stimmt ja, da war ja was mit schweren Waffen stimmt ja, schwere Waffen hatten sie ja auch so was, was ich an denen mochte ich tat was ich konnte aber vielleicht solltet ihr versuchen euch einen anderen Beruf zu suchen ich? anderer Beruf? ne danke ich bin Assassiner aus Leidenschaft Assassiner aus Leidenschaft Junge oh je, das war ein bisschen badass Nadel im Heuhaufen ne, so fühle ich mich die ganze Zeit hier Nadel im Heuhaufen suchen ich hab gerade leider gesehen, als ich das Ding angenommen habe, der Part ist ja schon quasi vorbei das ist so ein bisschen doof das ist so ein bisschen doof die Schäfchen des Herrn vergeben mir Herr, ich wollte euch nicht sagen du hältst die Klappe und dafür raub ich dich gleich mal wieder aus ich fühle es immer noch so geil ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist, oder ob die es einfach nur verpennt haben dass man das machen kann aber hab ich mal ja nur ich sag nichts dagegen ich mag das jetzt hätte ich noch besser aufgepasst wenig hier such äh ja, schönen Schrank auch ja, 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 gut ich benutze sie so selten halt die Schnauze halt die Schnauze halt die Schnauze alter oh, der hat mir ein du hast mir einen Pfeil in den Arm geschossen, Junge hab ein Messer der Herr ist mein Hilfe hab ein Messer dafür, Junge ich will mein Messer wieder haben ich will mein Messer wieder haben ich weiß von nichts ich weiß von nichts oh, da ist sich doch jemand ey, du Knife ich weiß nicht naja weiter geht's beim nächsten Mal bis dahin See ya Leute